Es ist schon so, dass das nicht die Rock'n'Roll-Etten auf unserem Planeten ist, Österreich. Musikalische Schmankerln. In der Bobmusik, also nicht, dass man jetzt nur Rocks hat. Ja gut, da ist Säck geworden. Ich sag dazu halt so Reefothek. Also das sind halt so Reefs oder so kleine Gitarndinger, die ich dann zu gegebenem Zeitpunkt dann halt auspacke, wenn es zu einem Lied dazu passt. Ah, da hätte ich was. Also da hat man dann im Kopf diese eigenen Reefs. Es ist einfach so, es ist einfach so, dass die Leute gar nicht so groß urteilen, die spielen das. Sind sie gefesselt oder nicht? Ichений Pather mit Ór Vielen Dank.